Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben und freundlich auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Höhung der TTT Heroes zusammen mit Darlucan, Maluigi, Würstel, Kapuzenwurm, Kundran, Maru, Maxim, McFly und Payne. Hi! Und auch, ähm... Au! Und Chaos! Nobby! Norbert! Du steh eigentlich im Licht und es ist dunkel. Du steh eigentlich im Licht und es ist dunkel. Du steh eigentlich im Licht und es ist dunkel. Ah ne, das Ding ist gedreht, oh scheiße. Oh, gibt's hier Aufzüge? Ich hab jetzt drei so genossen. Adams, da wird grüne Maia. Ach, grüne Maia? Maia! 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 Deine Welt sind die Berge! Alle straighter, die schießen, oder? Ja. Hey, nur Kapuze schießt mich an. Bist du korrupt, Kapuze? Aber wieso hast du das Körderfalle angeschaltet? Du hast mich an? Hab ich nicht. Kapuze schießt mich an? Kapuze doch, du schießt die ganze Zeit. Hilfe! Ja, Kapuze schießt halt wirklich die ganze Zeit. Ja, aber... Machen, was ich will. Ich glaub, er ist zum Sidekick geschossen. Wird der Detektiv? Ja, ja. Nein. Klar, er wird ihn übernommen haben, aber... Als, als, als... Entschuldigung. Oh, ich hab... Woher hast du den Newton? Bist du Survivalist? Ich hab den Newton auch gekriegt. Der hat einen Newton. Boom! Newton ist fertig. Knife auch. Newton Schale! Wie geht denn der? Aua! Hör auf dich wirklich. Hör auf dich wirklich. Hör auf dich wirklich. Hör auf dich wirklich. Es ist der doofe Adams. Es ist der doofe Adams. Ja, echt mal. Er blöd, man. Die Leute, wo alle Newton Launcher haben... Ja, aber du darfst dich auf einmal nicht mehr schießen. Ich schieße jetzt gleich einen Headshot in deinen Kopf rein. Du hast mich hier einfach... Aua! Boah! Kann der überhaupt einen töten, das scheiß Ding? Ja! Au! Hier, wow! Jetzt Slow Motion! Alle auf den Platz! Der Tag schon! Hey, das hab ich noch gesehen! Wenn ich die umbringe... Das ist nicht perfekt rauf! Aha! An die Wand mit dir! Ah! Malui! 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 Ich bin Dazzle! Es gibt doch ein Dazzle! Ich hab's gerade einen Home Run! Hallo, wer wurde gehommernt? Da hier! Da hier! Da läuft mir ein Messer durch! Bei Home Run hört der Spaß hier auf! Warte mal, warte mal, warte mal! Ja, Free Fall hast du auch ein Messer! Das Messer, das er in Hand hat! Das hat er in den Fischers! Was? Das Free Fall Messer! Ah! Geht kein Free Fall! Das Messer ist verboten! Juli! Ich glaub, langsam wird's kritisch! Ja, ich bin's klar! Das hat er nicht gehört, Maxi! Nee, tatsächlich nicht! Weil ich anscheinend meinen Breach aktiviert hatte! For Resistance! Breach out! Wow! Wie viel HP left? Ja, ja! Aber Juli ist verloren! Blödes! Du hast verloren! Du hast keine Klasse bekommen! Ja, stimmt! 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 War abgelenkt! Je nachdem wie man sich zugehörig fühlt! War einfach ein Nichts! Und als was man sich identifiziert? Also nix! Ist aber nicht schöne Identifikation! Au! Was ich jeden Tag so fühle, ist aber völlig in Ordnung! Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, irgendjemand ist doch hier gerade am... Was? Du furzt? Ekelhaar! Aber danke auf jeden Fall an den Void! Geht euch nicht! An den Void! Oh ja! Oh, oh! Ich war da, weil ich runtergefallen bin! Nein! Hallo Maxi! Warum zählt es hier nicht? Ich hab den aber auch gesucht! Naja, also hier ist auf jeden Fall der Treffer! Ja, das ist ein Blutfleck! Ich hab den Schuss schon gehört! Ich bin angeschossen! Ich bin angeschossen! Ne, das ist ein Fahrstuhl! Das kann jeder! Ein Pein! Kann es gut tun! Dalo wolltest ja gerade das Bier was kaufen! Natürlich kann das vielleicht doch! Aua! Ich hab angeschossen von irgendjemandem, ich glaub von Items! Was? Ich bin nicht in deiner Nähe! Warum werd ich heute die ganze Zeit gekocht? Ich kann bitte nicht in der Nähe zeigen, dass Items bei mir war! Was hätt ich gemerkt! Also ich weiß nicht, ich hab auch schon Schaden gekriegt, ne? Au, das war feurig! Ja, ich hab auch schon Schaden! Also einer von euch hier, die jetzt da bei Balu in der Gang sind, da ist einer Traitor! Mindestens einer! Ich glaube Katze auf jeden Fall! Ich bin Katze, nicht Traitor! Hier ist gerade der Reigenrand, der draußen ein Explosive geworfen hat! Jetzt steht ihr hier zu viel! Ja, das war Items! Ich call Items! Das war's! Sag ich doch! Doch, Items! Aber Kunrad hat ihn abgemurkst! Warten, ich hab Pfötchen gegeben! Nein, du hast... Ich hab Pfötchen gegeben! Ja, Pfötchen gegeben ist Messer! Ey, ich hab damit nix zu tun, ja? Pain, 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 Pain! Maro, Maro, schießt auf irgendjemanden! Ich hab auch niemanden geschossen! Auf wem? Iemanden geschossen! Nur als Warnung, beim nächsten Mal schieß ich! Pain hat mich, aber... Alter, wie lang hält das hier eigentlich? Ja, hab's noch rüber! Was? Ja! Maro war's auch! Ich hab aber gesagt einfach, Pain! Fuck! Immer noch! Oh Gott, ich hätte dich jetzt beinahe erschossen! Nein? Aber... Jetzt! Komm, ja, Schätzelein! Hä? Ah, Possessed! Hä? Lul! Pfff! Freu dich nicht so früh! Ja! Ja! Was hat das denn? Maxi, wie bist du gestorben? Ich habe... Maro hat mich einfach abgeklagt! Pain Possessed! Ja, anscheinend... Ich hab' keinen gelegt! Ich hab' zwei Buben haltes gelegt! Ich hab' mal bei Juli und Maxis Leichen hab' ich einen Buben gelegt und bei... Moment... Der Dete Leiche! Hast du nicht im Chat geschrieben, ne? Wie soll ich im Chat schreiben, wenn die gerade um uns rum geschossen wird? Ja! Und vor allem guckst mich an dabei! Hä? Ich hab' nichts gecheckt! Du hast ja keine Leichen konfirmen! Alles muss dokumentiert werden! Alles muss dokumentiert werden! Alles muss dokumentiert werden! Wie sieht's aus mit deinen Listen, Pain? Deine Schwäche... Welche Listen? Spind! Ja! Da, wo draufsteht, dass Maluie der Schlechteste ist, zum Beispiel! Oh! Uff! Eine Liste schreiben wir doch nicht! Das wär' Mobbing! Achso! Ich tue fix Ihre keine Liste! Das muss man nicht mehr aufschreiben! Mit meinen Namen und sowas! Ich glaube, die Juliane ist die zumindest! Deinen Namen! Oh, wer ist das denn hier? Nur ein Feeling! Das wurde jetzt um zu sein... Warte, komm mal wieder zurück! Siehst du mich hier? Warte, warte, warte! Jetzt immer noch? Ja! Okay, schade! Man kommt nicht tief genug! Es gibt einen Zeitpunkt! Man kommt nicht tief genug! Nein, es gibt keinen Zeitpunkt! Also noch nicht! Ich hab... Ich hab... Ja! Aber der Schuss ging vorbei! Diese... Von wem denn? Warum weißt du das? Das werd ich nicht verraten! Hä? Dann sag's doch! Dann wissen wir doch alle! Warum denn? Der hat doch verfehlt! Wissen wir zumindest wer der Schikal ist! Ja, aber in 90 Sekunden... Oh, 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 oh! Dann ist es Juli! Ja, okay... Da war grad ein Mordanschlag! Das ist Juli! Nein, also ich kann sagen, den Diegelschuss hab ich abgefeuert, aber das war auch keine Sidekick-Deagle! Los, du blöder Aufzug! Arbeite! Das war die Survivor-Deagle! Das war die Survivor-Deagle! Survivor-Deagle? Ah, ja! Die Survivor-Deagle? Das klingt doch! Die Survivor-Deagle! Mein Kristall wurde kaputt gemacht! Das ist erfolgreich! Und ich weiß auch... Der Mörder hier! Da, du! Nix! Ich hab den Garn nichts kaputt gemacht! Ich hab die Duze war vor mir! Oh, hallo Kapuze! Das ist Kapuze! Wir gucken einfach mal! Ah! Aha! Aber ja! Ach, ne Quatsch! Das wird ja später angezeigt! Stimmt! Ich hab's ja gesehen! Jetzt ist mein Kristall weg! Aber war sie jetzt wirklich Sidekick-Dude? Äh, nicht Sidekick-Dude, sondern der die... Ich hab sie auf jeden Fall weggelaufen sehen! Und dann ist Kronan gekommen und... Los! Ah! Pain sollte böse sein! Du denn? Pain ist böse! Du musst das töten! Survivalist! Pain ist böse! Klar! Hast du das vorher... Nein, aber du... Du hast das vorher gemacht! Du hast das vorher gemacht! Schieß ich auch! Du das mal vor mir! Nee, ich höre es jetzt! Idems ist böse! Idems hat mich mit Mummerang gebummert! Ach, Balui labert! Und ist der Out! Mit Doppel-O, also Bummerang! It's just the prank, Luis! Achtung! Hier sind Mummerang! Ich hab' mich gar nicht geschaut! 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 Nee, du wolltest mich austricksen! Nee, du wolltest mich austricksen! Mago auch? Ah, nee! Ich hab' mich gar nicht geschossen, aber ich hab' mich jetzt zurückgezogen und du auf mich geschossen hast, Kapuze! Ja! Kapuze war's ja! Nein! Das ist auch lieb! Pain ist böse! Hä, du bist Nico! Ja, ich hab' halt keine Waffe mehr! Richtig geile Waffe, Alter! Oh! Und weginóriaan, okay! Ich sag' doch, dass du- Das ist jemanden wiederbeleb'st, dann belebe ich jetzt jemanden wieder! Moment um! Ich belebe mir nur wieder! Hä? Warum dre- flavors! Also das können wir nicht erzählen! also mega regt du musst das reißen items in counter-strike nicht frech von dir das ist aber so wahr hier hast du das oh yeah mr krabs was für geräusche das ist ja gut gerecht Bei mir habe ich die ganze Zeit nicht getroffen, also ich meine also ich habe bei mir getroffen aber es hat halt nicht gezählt Nein nicht die da die da ja es ist das da das da das da das da das da oder das da jetzt geht es los Ja da habe ich gerade gesehen den troll was habe ich verpasst ich hasse euch Ich weiß nicht gefühl stehe ich mit einem feuer gefecht aber ich sehe nichts Ich habe auch noch nicht also ja es ist sehr verdächtigt dass ich auch die Ich bin hier nur im weg du hast du gekauft ist in Ordnung Kann ich doch mal wieder holen Ah du hast doch gar nichts zu mir umgebracht Nein die sind noch mal gestorben Guter Zug, guter Zug, weil man kann nicht nur durchgucken da hinten weißt wo glasig ist Der ging aber weit Ach komm Womit ich bin nicht alleine gegen euch Was war denn das jetzt geiles Ich glaube er hat die normale Golden Dinger vom Detektor Dinger funktioniert Falsch die Chance Bruder Ja Ja Das hört genau in das was ich dachte Ja er hat gedacht dass ich Kuna bin oder Ich dachte da sind noch die anderen also dass da nicht nur die Bösen drin sind für mich war das so ein Ding Ein Guter hat eine Renate aufgehoben Paint hat alle eingeladen Ich war nicht angeschossen Ich habe es gesehen Er hat auch auf mich zu schießen War das der Falsche? Ich habe den Namen nicht erkannt Ja Ich meine ich war ja eh böse aber Böser Baloui Du hast quasi die einzige angegriffen die er in dem Raum nicht Der war der der Böses geschossen hat Gut aber Ach man Der Böse ist tot gewesen oder? Böses im Bus Waren ja irgendwie alle böse Ja Hast doch gerade meine Wörter Du fucking Kapuze alter Du fucking Kapuze Alter Kapuze muss zum Zeitkick Ja Mario hat gerade Zeitkick geschossen Der hat auf dich geschossen Kapuze Hey unter dem Lucky Blue Spur Cain hat gerade auf dich geschossen Nur weil ich einen Headshot geben wollte Selbst wenn dann Lars ihn doch ein Zeitkick gemacht haben Ich habe keinen Zeitkick Ich wollte Kapuze ein Header geben Wieso ist denn Pain die ganze Zeit schon böse? Dalu was war das? Der lag da drin als ich dahin kam Wenn sie explodiert war Stalu Sie ist weg Kapuze ist weg Vielleicht ist das Modell wiederbelebt War das gerade ein Baby oder wie? Hey das warst du Jajajajaj Warte ich kann dich heilen Oh ja danke Oh ne es ist Pain Moment bist du nicht gecallt worden? Es ist Dalu Was ist das Dalu? Hallo Dalu Hallo Dalu Baby kam von Maru Der Sidekick war Ja Ja träum ruhig weiter Wo gibt's denn das? Sidekick Baby Ich will jetzt sehen Ich will jetzt sehen Ist das jetzt die Runde wo wir alle Traitor sind Und nur kaputt sind? Nee Hundert war schon Sidekick Und ich habe mich noch geheilt Ich wollte dir einen Header geben Weil du mir Dämpel gemacht hast Das ist aber nicht gut Daluui ey was los Bist du immer von hinten angegriffen? Was denn? Daluui hinter dir Daluui hinter dir Maru? Da drin Ist das schon frech was du machst ne? Was denn? Oh ich bin rausgetast Ist das schon fast frech Maru Maru Ich bin denabginsky entfernt Jetzt können wir mal auf Hier Bin ich Du bist du Nein Ah das hat das stil Oh das ist das Wir sind weg Das heißt Du bist doch gut Penis böse Der kradt Die Kristall zerstört Wenn jetzt ein böser Kristallzerstörer ja nein wie sollte man auch als führer schießen oder ist jetzt kommt er mit ich auch womit ihr denn rum mich der ist mir eine herzensangelegenheit zu festzustellen dass das man retard ist und nicht am server liegt dass ich darunter gefangen muss echt mit erschrecken feststellen dass diese mit wirklich verwinkelt ist und ich ich bin sehr daran interessiert dass ein gegner ich habe genau die gleiche orientierung wie ein baby geschenkt hast du hast natürlich selbst das baby aber kannst du behalten das brauche ich nicht dachte du hast du mir dahin geworfen das war unhöflich max ich hoffe du bist auch gut unterschiedlich also halt stopp ich bin gerade vor dem retard ich danke in deiner richtung verschieden einfach ist auch noch böse eigentlich nicht ich würde warten jetzt riecht er den füßen das war so lästig wie du mir nachgelaufen bist ja was war das dann überlegt das war bullen von dem man im kreis ja ja ich dachte ja aber voll verwirrend das war echt enttäuschend ja auch von der leistung keine ahnung die mega unkrieg das ist ja das kannst du besser danke bitte der chaos Der Chaos ist, wenn ich dich finde, erschieße ich dich. Wenn ich sterbe, erschieße ich dich. Wenn ich sterbe, erschieße ich dich. Ey, das ist meins. Okay, Chaos zieh. Chaos ist gar nicht an. Ich wurde runtergeschoben. Ich hab' geguckt, ob da eine bessere Waffe ist, aber ist nicht. Kundran? Ja, auch nicht. Ey, der Dete ist böse. Oder Payback Chaos. Da ist eine Waffe. Wer ist denn jetzt schon eskaliert? Alles, wie an Judi, äh, Jakarta schießt immer drunter zum Sidekick. Sollen wir sie hinrichten? Nein, ich bin Inno, Alter, ich hab's verschlohen. Du wärst ein Easy-Kill gewesen. Wow! Isapro! Ey, ich wurde polluit, ich wurde polluit, ich wurde polluit. Äh, Minimms. Von Payback Abschießen, natürlich. Nein! Ich hab' dich böse angeschaut. Ich hab' dich böse angeschaut, ja. Ja. Es gibt noch ein C. Easy runter. Ja, nice. Nur böse sind tot. Snack. Mit nichts, Payne. Äh, Dalu ist doch da. Uff. Schau schrecklich. Schau schrecklich. Hat gerade Adams gekillt. Der echt Adams gekillt hat. Ah, nehmen wir mal an, Dalu ist freundlich. So. Und Payne und ich sind auch freundlich. Warum guckt ihr mich so an? Kann hier noch einer von euch böse sein? Ja, es gibt ja noch einen Böse. Dann gibt's noch einer. Da hinten, Leute, aufzuatmen. Jetzt rechts, Judi, rechts, ey. Machen wir so nicht. Schnapp' den Balloui. Schnapp' den Balloui. Das ist zu lame. Ja, das ist zu lame. Ich will Balloui. Mäaääen. Ja, da haben die, äh... Der Jakal zeichne. Könnte man nicht alle sterben wenn ich mal Tee bin, Dankeschön. Hatten wir keine Wahl, also wir wurden völlig überrumpelt. Richtig gut überrumpelt. Die Jenne Soko lieben. Hey ja, Balloui. ich hab dich leben lassen, ja? Du warst dann so verdächtig, dass du mal was jetzt mal schießen müssen. Wann war ich verdächtig? Als deine Ecke stand. Aber ich stand nicht in der... Ja, ich stand da und... Dann kriege ich die Waffe an zu gucken, weil ich die Waffen echt nicht erkennen kann. Wuschiges Bild, muss man schon sagen. Ich muss immer gucken, was ist denn das für eine Waffe? Ich mach das aber dauernd, das ist noch nie aufgefallen. Naudi schaut immer die Waffen an, also der ist wirklich immer verwirrt, was er da sieht. Achso, ich bin immer auch so an. Ich bin echt immer, ich gucke immer und dann kriege ich wieder nicht die richtige Waffe, wenn ich meine droppe und so. Voll das Drama. Schärf doch mal bei Balu. Balu, erzähl mal den guten Witz letztens. Komm, erzähl mal. Hä? Den guten Witz. Wenn Umberto wirst. Erzähl mal den. Der wird echt guter. Nicht mal Adam, ich mach was ulkiges. Ich hab gar keinen Witz erzählt. Der Witz mit Umberto. Ich mach was Ulkiges bitte nicht töten. Davon profitieren auch die Bösen. Also töt' ich dich jetzt als Inno, was ist das denn Call? Egal was du probierst, alles wollen nicht töten, okay? Bin ich dafür. Adam's läuft ja rum. Und dann hat er versucht... Also er wollte ihn als Inno. Sag mal einen Namen. Ich sag... Ich nehm den Kohn dran. Und irgendwann... Mein Crystal wurde jetzt kaputt gemacht. Das war nicht da, Lu. Nee, 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 nee. Ich hab jetzt in die andere Richtung gelaufen. Oh ja, das ist Juli. Die steht auch gerade vor mir. Guten Tag, Juli. Wie geht's dir? Oh, gut gemacht! Die doofen Juli. Das war aber unhöflich von Juli, dass sie das gemacht hat, ne? Ja, na gut. Mal eine Seite confirmed. Dann... Warte, denk mal noch. Warum weißt du das da, Lu? Ich hab ein... Sex Revitalist heißt der vorgemacht. Oh, sorry, sorry, ich hab... Nee, sorry, sorry, sorry. Ja, ja. Nee, man könnte es wirklich... Also, mich hätte es nicht gewohnt, wenn man jetzt... Was? 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 Hey, nicht boxen. Painlo! Ähm... What the fuck? Painlo, was war das? Nichts? Ja, Painlo läuft die ganze Zeit da drin rum. Keine Ahnung, was er da tut. Komm, wir haben dann... Oh, irgendwas wird gestorben. Hat die ihn gerade mitten in der Mitte hingerichtet? Kontran, ist das dein Erd? Ich stehe hinter dir, während du das machst. Ja, haben wir. Kontran, ist das Kontran. Er schießt jemand mir in die Fresse. Oh. Steht er ab? Was ist er denn jetzt? Wann würde ich mich wissen? Kontran, das war richtiger Disrespect für mich. Ich stehe hinter dir und guck dir wo... Ey, aber was ich gerade verwert, ist, dass er als C markiert wird in meinem Scoreboard, aber er ist Necro. Ich habe voll den Meta-Joke gebracht. Er wäre... Man hätte jetzt gedacht, er sei wiederbelebt gewesen. Weil sein Name da stand alles egal. Ist egal. Aber Louis. Hallo. 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 Boa, jetzt sind ja alle hier. Ich geh wieder. Tschüss. Ich weiß immer noch, wo ein Boom-Buddy liegt. Da, Lu. Wenn du noch einmal mit dieser Wasser auf jemanden schießt, dann kriegst du einen Headshot, ja? Von wem? Kennst du da wen oder was? Baluui. 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 Oh! Ah! Baluui war es! Ich hab auf Baluui geschaut. Ich hab überlebt. Ich wurde aber nochmal getötet. Ups, sorry. Wann hätte ich Maxi getötet? Wieso mich? Was hab ich denn jetzt getan? Hallo, Alter. Wer hat's noch hier gefunden? Scheiße! Ich leid. Ich leid. Hier. Gott sei'n Gefahr mit Boom-Buddy. Ach, ich bin possessed, deswegen. Ha, 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 ha. Tschüss! Das war's. Das war's. Das war's. Ich wusste auf diesen obviamenteem ersten 님.